Sagen wir mal, Void aufsuche. Wo ist denn der Bob? Wo ist denn der Bob? Das ging zu schnell. So wollte ich das eigentlich gar nicht. Aber was zur Hölle war das ein Luftschiff? Das kam jetzt ein bisschen überraschend. Tschüss. Ist einfach vorbeigeflogen. Geil. Musik ist gut. Horn-Nissi. Horn-Nissi. Swing-Buff ins Gesicht. Hm. Na, wir werden sehen. So. Erstmal ein paar geile Zauberklammern. Zauber. So. Wer wird der Heiler? Vivi natürlich. Hallo. Äh. Aha. Vita. Ach so. Ja. Cool. Können alle lernen. Kaufen wir noch eins. Und einmal Feuer. Mehr können wir uns gerade nicht leisten. Aber das macht nichts. So. Vita. Brauchen wir auf jeden Fall. Da. Da. Feuer. Da. Eigentlich können alle alles lernen, wie es aussieht. Du bist der beste Nahkämpfer nachher. Ich glaube, das sollte man dann doch mal in Grenzen halten. Da jetzt zu viel raus zu pushen. Äh. Magi. Magi. So. So. Solange wir noch Magi. Ja. Wir haben Mana Punkte. Cool. Das ist wiederum gut. Gut. Also es wird jetzt ein bisschen komplexer. Magi. In so hut. So. Tingeln wir erstmal da oben lang. Da kommen wir eigentlich noch gar nicht hin. Wir können hier nur im Kreis rennen. So wie es aussieht. Uh. Das war ein nice Hit. Eigentlich wollte ich ja Magie einsetzen. Damit die Zauber was stärker werden. Das machen wir jetzt auch. Ja gut. Äh. Mal gucken, ob sich das merkt. Gita Stufe 1. Puff. So. Müsst ihr da ein Upgrade geben. Und stand dabei nichts dabei. Schade. Erstmal ans neue Kampfsystem gewöhnen gerade. Warte. Ah. Die merkt sich wen sie heilen will. Okay. Da sieht man sogar wie er castet. Da hat gerade den Zauber gesprochen da oben. Ja nice. Jetzt hat sie ihn richtig geheilt. Wie ist denn das jetzt hier mit Güft? Ja. Das bleibt gar nicht bis außerhalb vom Kampf. Anti-Dot ist dann sogar schon ein bisschen wie unnötig. Oh. Guck mal. Swing. Ah. Au. Okay. Das macht's Level natürlich komplizierter. Aber gut. Dorf Gardea. Hallo Lil Shit. Dies ist das Dorf Gardea. Die Stadt hinter dem See ist Finn. Benedidu. Ach hier gibt's doch bestimmt auch Zauber. Komm. Fuck that shit. Fuck it. Das Schloss von Finn wird von den imperialen Streitkräften besetzt gehalten. Auch die Stadt ist voll von Soldaten und ihren Monstern. Bis nach Gardea oder Altea ist die imperiale Armee noch nicht vorgestoßen. Aber wenn der Zerstörer fertig gebaut ist, Punkt, Punkt, Punkt. Dann geht's ab. Wird hier wahrscheinlich alles geraped. Aus dem Weg. Old fuck. Am Stadtrand von Finn gibt es eine kleine Spillung. Der Wirt ist nicht rechtzeitig geflohen und muss jetzt die Launen der Soldaten ertragen. Okay. Wir sollten auch übernachten. Übernachten. Wo war denn der Puff da? Herzlich willkommen Reisende. Für 38 Gil könnt ihr übernachten, um euch von euren Strapaten zu erholen. Okay. Hast du gedacht? Das ist voll doof, dass wir zu dritt sind gerade. Aber gut. Ich meine, wir werden Beut vielleicht irgendwann irgendwo finden. Irgendeine Mülltonne. Ah. Angriessworter. Ey, cool. Weil wir auf der Brücke sind, haben wir jetzt auch diesen Crap hier bekommen. Eigentlich voll geil. Ja, gut. Egal. Weiter mache. Los, cast the fire. Yeah. Danke fürs Hosten. So, hier drüben. Ah, ne. Jetzt bin ich jetzt schon wieder auf dem Weg zurück. Wo ist Void? Oh, wow. Null. Ja, ist schon okay. Die können ruhig noch ein bisschen kassieren. Ich brauche mehr HP. Wann steigt denn das eigentlich endlich mal auf? Puff. Weg im Bloat. Feuer hat die nächste Stufe erreicht. Die haben das Axt aufgestiegen und das Schild auch. Okay, cool. Ja, ich glaube, das wird interessanter und komplexer als der erste Teil. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt mit dem zweiten Teil hier. Sehr cool. Gut, ich könnte hier schon ein Video übernachten. Andererseits. Nope. Tschüss. Die heilt auch, wie sie gerade Bock hat, ne. Los, mehr Level-Ups. War das jetzt Feuerstufe 2, ja? Ah, ich muss noch andere Zauber kaufen. Ja, Feuerstufe 2. Eigentlich muss ich jedem Zauber geben. Jedem alle Zauber, wenn das möglich ist. Ja, Void ist gone. Hey, frag mich bitte. Er ist verloren gegangen. Ganz am Anfang war er da und jetzt sind wir getrennt worden. Der Sack. Benutzen. Kann ich die auch X sortieren? Jawohl. Sortieren. Gelernt. Hä? Aber wann ich sie gelernt habe? MP aufsteigen, MP absteigend? I don't know. Ich glaube, MP absteigend macht Sinn, weil... Ah, manuell macht auch Sinn, ne. Wait a minute. Aber es geht dann nur so. Ja, bin ich mal gespannt, wie viel ich davon überhaupt machen kann. Wir lernen mal noch ein paar. Ja, gut. Und der Void, äh, Jan hat ihn erschlagen. Das kann natürlich auch sein. Vita Stufe 2. Bam. Ja, du kannst doch nicht allen alles beibringen hier. Ich sehe schon. Ja, eigentlich sind wir auf der Suche nach Void. Mehr oder weniger. Ein Goblin-Hinterhalt. Oh no. Das wäre... Vielleicht ist er auch in diesem Luftschiff, das hier die ganze Zeit rumpimmelt. Wer weiß. Ich traue dem gerade alles zu wieder. Herzlich willkommen. So. Mäh, Bliatz. Bliatz. Äh. Und noch einmal Eis. Genau. Herzlichen Dank. Haben wir denn eigentlich? Ja, wir haben ganz gut Geld. Eigentlich. Wo ist das? Da ist das falsche Void. Teil 1 Void. Ich lerne mal Blitz und Eis noch. So, Magie. Und dann müssen wir das auf jeden Fall sortieren. Niet. Niet. So. Oh. Ja. Allokate. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Äh. Magie. Goddammit. Magie. Äh. Wie war das jetzt hier? Benutzen und dann sortieren. Danke. Nee, nicht MP aufsteigend. MP absteigend. What? Okay. Auch das macht hier Sinn. Alles klar. Äh. Feuer. Blitz bleibt da. Eis. Feuer, Eis. Blitz wieder. Genau. Und dann können wir mal weitermachen. Ja. Das ist der Fake Void. So. Ich frage mich trotzdem, wo er hin ist, ne? Der Sack. Ich verpisst. Oh nein. Ein Hinterhalt. No. Cool finde ich, dass das Gift sich nach dem Kampf nicht mehr hält. Ja gut. Eigentlich müssten wir jetzt mal was anderes einsetzen. Nicht unbedingt Feuer. Äh. Wir pennen gerade mal. Dann können wir wieder ein bisschen Zauber leveln. Aber man muss es eigentlich bei diesem Spiel am Anfang machen. Weil danach geht es dann so gut wie automatisch. Herzlich willkommen Reisende für 76 Gil. Fuck. Teuer. Swing. Hashtag löpen. Äh. Genau. Passt. So. Jetzt können wir weiter machen. Yeah. Äh. Magie. Eis. Weil Eis ist Erststufe 1. Und ab dafür. Huff. Die Hornissen, die können uns jetzt fast schon nichts mehr entgegensetzen. Schauen wir doch tatsächlich mal, wo es richtig weiter geht. Möglicherweise ohne zu verrecken. Das wäre cool. Huff. Das ist Eis Stufe 1. Voll cool. Vor allem, wie viel MP wir eigentlich haben, ne? Nice. Wow. Das kann man hier viel öfter einsetzen als im ersten Teil. Es ist maximal 9 pro Kampf. Hier ist es deutlich mehr. Huff. Du, das Vita da, das kann uns mal bei Gelegenheit für leichte Arsch retten. So, Gardea. Aber hier ist auch kein Beut gewesen, ne? Aber wir können mal gucken, ob es Rüsthungen gibt. Waren ja noch nirgends drin. Herzlich willkommen. Rundschild ist fucking awesome. Okay, der Rest haben wir an. Rundschild. Na warte, ich habe doch eins, oder? Ja. Und zieht die das denn dann? Ah, der Bogen. Ja, okay. Cool. Der Bogen braucht zwei Hände. Macht Sinn. Muss ihn ja auch spannen können. Okay. Cool. Alles klar. Tschüss. Also gibt es hier denselben Schmuh wahrscheinlich. Gut, wir gucken mal beim Weapons Dealer. Arms Dealer des Vertrauens. Und Jan rennt mit der Axt durch die Gegend. Naja gut. Können wir mit leben. Gib ihm. Ein Hinterhalt von Goblins. Mehr Vita-Power für alle. Zack. Und bam. Ich glaube, wenn wir nicht alles hochleveln, wäre das das übelste Gecrinde für jeden Charakter. Alles sehr hochleveln. Deswegen mache ich es jetzt lieber so. Und gucke natürlich, dass ich die Angriffszauber erstmal möglichst hoch bekomme. Und Void finde vor allem. Der Sack. Wo ist er eigentlich? Wo ist er eigentlich? Gefühlt bin ich hier auch ziemlich richtig. Auch wenn ich gerade komplett meinen Mana wegwaste. Rein theoretisch. Ah. Vita und Eis sind aufgestiegen. Das ist gut. Das ist gut. Ah. Nein. Aber das war sinnvoll. Es sei denn, ich kann da noch pennen. So. Eis war ja schon aufgelevelt. Egal. Ruff. Und Slap. Vita Stufe 3. Das ist voll mega. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt genug gelevelt. depositionsiverse Films. Z Sinnenliexy Drummond quemann. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020